Liebe Freunde, in letzter Zeit ist mir etwas aufgefallen. Und zwar schreiben mir vermehrt Menschen in die Kommentare unter meinen Videos, gerade unter den Esoterik-Videos, aber auch jetzt so in persönlichen Gesprächen werfen mir Leute ganz oft vor, ich sei eine schlechte Christin und das, was ich sage, widerspricht der Nächstenliebe. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und merke, in letzter Zeit, in unserer heutigen Zeit, wird der Begriff der Nächstenliebe inflationär gebraucht. Die wenigsten Menschen wissen eigentlich noch, was Nächstenliebe ist. Aber alle hantieren mit diesem Begriff und meinen, ein Christ muss eine Einstellung haben, so nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben uns alle lieb und wir ecken mit keinem an. Wir können, jeder darf tun und lassen, was er will und keiner wird den anderen kritisieren. Das ist aber gerade ja nicht Nächstenliebe. Aus Nächstenliebe muss ich auch mal anecken. Aus Nächstenliebe muss ich auch mal kritisieren. Natürlich kommt es darauf an, mit welchem Ton, vielleicht auch mit welcher Wortwahl. Und trotzdem muss ich auch manchmal Dinge sagen. Jesus hat uns ja dazu auch beauftragt, das zu tun. Er sagte, wenn einer unter euch sündigt, dann geht und weist ihn erstmal unter vier Augen zurecht. Wenn er das dann immer noch tut und nicht einsieht, dann holen den Nächsten dazu und so weiter und so fort. Wir sollen anderen auch sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Aber nicht aus Hass oder Intoleranz, sondern weil uns der andere am Herzen liegt und uns eben nicht egal ist, was er tut. Eine Mutter, die sieht, dass ihr Kind mit einem Dreirad auf die Straße zurollt, wird dann natürlich nicht sagen, Ja, mein Kind, an deiner Stelle würde ich das ja jetzt nicht tun, aber das ist ja deine Entscheidung und du darfst natürlich deiner Entscheidung folgen. Natürlich wird die Mutter dann rufen, halt, bleib stehen, da fahren die Autos, das ist gefährlich, bleib stehen. Und dann wird sie auch hinrennen und das Kind von der Straße zerren. Sie macht das, um das Kind zu retten. Und wenn wir als Christen sehen, dass unsere christlichen Geschwister sich auf einen Abgrund zu bewegen und in Gefahr sind, dann müssen wir das auch sagen. Warum spreche ich das an? Einfach deshalb, weil ich auch merke, dass andere Menschen sich davon verunsichern lassen. Die dann nichts mehr sagen, weil sie meinen, ja, dann stehe ich aber als schlechter Christ da, wenn ich meinen Mund aufmache. Und dabei ist das ja sowas wie, es gibt ja auch Zivilcourage. Wenn wir einen Unfall beobachten, dann sollen wir dorthin gehen und erste Hilfe leisten und einen Krankenwagen rufen und so weiter. Und da machen wir uns ja auch strafbar, wenn wir davon wegsehen. Und so haben wir als Christen auch eine Mitverantwortung auf seelischer Ebene. Das betrifft genauso das Leben des anderen noch viel mehr, denn hier geht es um das ewige Leben. Und wenn wir dann einfach darüber hinwegsehen und sagen, ach, Hauptsache ich mache das nicht und ich weiß, das ist eine Sünde. Und wenn der andere dann das anders sieht, ja, was soll ich da tun? Wenn wir jemanden darauf aufmerksam machen und er oder sie entscheidet sich trotzdem dafür, diese Sünde weiterhin zu tun, ist das eine andere Geschichte. Dann können wir auch irgendwann, wenn wir merken, dass wir auf Unverständnis stoßen, einfach nur noch für diese Person beten. Und vor allem, Worte sind wichtig und wir müssen das auch sagen, aber selber ein Beispiel zu sein. Wie oft erleben wir, dass all das Predigen, sag ich jetzt einfach mal, nichts gebracht hat, aber das Lieben, das Vorleben den Menschen letztendlich überzeugt hat. Bei all dem müssen wir natürlich immer darum, um die Gnade Gottes beten, dass er uns auch hilft und uns die, ja, das gibt an Klugheit auch. An pastoraler Klugheit vielleicht auch. Auch ein Begriff, der natürlich inflationär gebraucht wird, aber in dem Fall eine wirkliche wahre Klugheit, wie man etwas einer Person sagt, dass sie es annehmen kann. Und dass er uns trotz allem Barmherzigkeit schenkt. Dass auch wenn wir sehen, dass etwas nicht gut ist, wenn eine Person trotzdem daran festhält, die Person trotzdem so lieben, wie sie ist, für sie beten und für sie da sind und sie begleiten auf dem Weg zur Umkehr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Gottes reichen Segen. Gottes reichen Segen.